Mein Name ist Mischa Käppeli. Wir sind hier in Tieracheren, das liegt im Kanton Bern, in meinem Traumhaus. Auf die Idee, einen Neubau zu machen, sind wir hier joblich tätig bei unserem Familienbetrieb. Ich habe dann gesagt, dass ich hier ein Haus in dieser Überbauung nehme, in dem ich komplett mitreden kann, in dem ich meine Gestaltungen so machen kann, wie ich das so möchte und wie ich mir das so vorstelle. Es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, am Morgen aufzustehen, wenn du weisst, dass das dein eigenes Haus ist. Also die Idee vom Schlafzimmer, respektive vom Dachgeschoss, die ist aus dem aus entstanden, weil ich sehr gerne in Natur aussen bin. Ich wollte dann durch das Aussensein möglichst viel Licht herbringen. Man wollte dann heraussehen, dass man die Anordnung der Dachfenster oberhalb des Betts, damit man mit Sternen schauen kann. Beim Badezimmer geht es dann weiter, wo wir die vier Dachfenster drin haben. Die kann man dann komplett öffnen und wenn man dann unter der Regendusche steht, ist es eigentlich, wie wenn man in der Natur duschen würde. oder eben im Regen wäre, wo halt auch Winddurchzug mal sein kann, wenn es luftet. Der Vorteil, den wir haben mit den Velux Dachfenster, ich habe sie komplett in die Smart Home integrieren können, die wir hier verbaut haben. Ja, es ist mein Traumhaus geworden.